die falltür bei mir im haus die war mein inventar war voll ach so mit den sand gold ab muss irgendwas rausschmeißen es ist ja nicht in die truhe reinlegen können oder eine lust gehabt technik meiner mutanzösung nicht für lasse vorjahre zu verkopfen nur fest wieder metall um liegt mich doch so copper transportation okay zwei diamanten habe ich das noch bei diamanten und sechs glas nein das machen wir nicht bei diesen ist voll beim aussiehts wieder was haben wir den transmutation zwei diamanten was fehlt stone vielleicht ideas gold sand kristall 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 Tintransmutation Halbklaas, was ich zu kappeln, ich Idiot. Haben wir hier was? Nein, okay. Ah, was zu haben, haben wir wieder. So. Ist ganz sicher bei den ganzen Transmutation. So, ah. Und Metallum brauchen wir. Nur reicht nicht. Nein, nicht die Truhe, du Idiot. Iron Transmutation. Badoof. Wie ist die Werkpunkte dahin? So, ich hätte gern... Taumium. Das war nur nicht, was ich alles für Taumium brauch. Alumentum. Ah, das war Alumentum. Genau. Ähm. Obwohl ich weiß. Nein, kein Kristall, aber Magie brauchen wir. Magie, ja. Magie, ist hier Magie drauf? Nein. Nein. Aber... Hier ist Magie drauf. So, wir brauchen sogar beides. Ah, nein. Magie brauchen wir nicht. Wir brauchen noch was mit Feuer. Fackle vielleicht noch? Nein. So, was wird noch alles gegeben? Keine Kohle, schade. Ähm. Irgendwas mit Feuer. Neter. Neter. Neter Stein hat Feuer drauf. So. Nether Brick hat Feuer drauf. Gold. Bia. Glas, Glas, Glas. Fractus. Müsst auf Puzzles drauf sein. Alumentum. Fertig. Badof. So, und jetzt machen wir aber hier mal kurz mein Inventar leer. Und gucken mal, was unsere Mining Turtles da unten so machen. Ich habe mir das gerade meine Kristall-True-Boat. Äh. Eine Crystal chest. Mhm. ich wollte mir meine eisen besten da drüben wenn sie nicht so voll wäre es wichtigste zeug auf jeden fall das heißt das sand kann man mitnehmen ja doch ein bisschen hat es so drei schwarz drin ist mir scheißegal das hat es aber nicht auf mir wirklich jetzt scheiße heiße er war jetzt richtig blöd hallo spinne komm gib mir deinen faden du spinne wo ist meine eisengest jetzt ach da sehr schön geil also meine eisengest ist gerade untergang meinen ganzen anderen sachen bei mir hat es auf einmal ein knall geben und es hat ausgesehen wie so die mobbombe verlorte koppel zum zeug ja das ist durch das zeug raus geschossen habe ich nämlich direkt bei meinem ding ich glaube ja ich habe gerade koppels eingeklemmt wenn es jetzt aus wie wenn meine hände jazz koppels drin werden ja und da sind auch koppels drin ich habe recht viel kommen egal finde habe ich jetzt endlich eine kristel chest hier unten hin baut kann von mir aus meinem einen turtle da eine weile herumgraben wie blöde so schnell nicht so sechs mal wenn ich gold dabei habe mache ich meine ganzen chest unten so jetzt gehen wir mal in den talen als erstmals wichtige zeug noch da lassen geil ich kann aber ich kann raus aus mehr schwimmen und so machen denken da wollte ich doch dann das freundlich was brauchen wir dann noch paru 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 was brauchen wir bei gar nicht noch wenn ich das jetzt wüsste so ein dreck was brauche ich bei gunpowder noch der tabi hat jetzt gucke ich mal wieder nach meiner anderen mining turtle magie noch definitiv noch mal das war ein creeper ich habe es gehört da war ziemlich nahe also bei mir war doch nicht wir waren so unten im keller so da irgendwas gesprengt hat bei mir im keller war nix mein keller sieht man das sieht auch normal aus ah ja du siehst in die ender chest rein du weißt ganz geht du sie schädig bei der crystal chest siehst du genau was für items gerade drin hast ja schon klar ist cool sie sehen so ein bisschen so verwirrend aus weil was ist bei gunpowder noch drin mann o mann feuer 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 ja feuer batuf und discover gunpowder so jetzt gucke ich mal nach meiner mining turtle meiner ersten guck mal was sie da unten schon wie das so schön ist treibt ja deine mining turtle die kämpft habt ihr hat keine lust mehr oder bis gesagt doch die hat lust aber da ja auch keine zeit ich sehe es was haben wir eine magic tello da muss ja dann wenigstens magie drauf alter deine truhe ist voll mit koppelzeh ja passiert das nicht feuer hammer christless auch nicht auch nicht magic tello galena ohre holz keine matematik teuer nur die Aha, ok, Magic Tallow, kann ich das alles schon machen? Ah, spricht das, äh, wie heißt das denn? Hm, der Taumometer und, ah, das testen wir jetzt mal. Wollen wir Magie. Magie, Magie, Magie. Puh, also das 25er Feld ist schon recht episch groß. Ach, da ist meine Mining Turtle jetzt. Ich suche sie. Bei der Lava sehe ich sie gar nicht mehr bei mir. Wollen wir definitiv Metallum. Metallum und Promutatio. Promutatio, Seeds habe ich gerade nicht dabei, muss ich oben wei holen, da habe ich ja noch wei drin. So ein paar Seeds holen. Ja, und dann schmeißen wir mal Permutatio mit dazu. Ja, und Taumium. Eins der wichtigsten. Alter, und wahrscheinlich, wenn man wohl hier auf die Türe klopft. So, und dann nach Taumium ist es Magical Building Block. Ähm. Ah, ich glaube der klopft. So ein Zombie klopft gerade in Martins Haus. Was? Öh, lass klopfen. Wie war denn der Magical Building Block normal? Der war, ich glaube mit Cobbles anfangen. Ja, Magical Building Block. Ja, Magical Building Block. Und brauchen wir Maggi. Brauchen wir die Baum. Dann würde ich fast nur sagen, das? Nein. Ähm. Feuer vielleicht? Nein. Metallum vielleicht? Ja. Ja, Metallum. Und. Ähm. Was ist mein Ausgang hier auch? Habe ich Holz unten? Ja, ich hab Holz unten. Ja, ich hab Holz unten. Badum. Und. Und. Ganz viele. Und. 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 Kessel. Kessel. Naja, boiter. Spitzhacke Kessel hier hin, wo ist mein Zauberstab Zauberstab dabei Ist klar ein Zauberstab dabei Braucht man Ich bin jetzt nicht schon bei den Magical Building Blocks So Mal den mit, den mit, den mit, den mit, das mit, das mit Es bleibt Da und der bleibt auch da So, macht ein Closed-Tron kaputt, bloß zwei Closed-Trons Ja Ja Arschloch Jetzt Ähm, was soll ich jetzt nur mit, was im Vortrag wollte ich nur packen Halt mein Rucksack könnte man auch mit nochmal Dann könnte man nämlich, äh Ganz kurz mal noch ein bisschen mein Jetpack bisle aufladen Dass der so, unter der Tour kaputt gott Oder leer gott Okay, das reicht schon Okay, das reicht schon Ich brauch nur ein ganz minimal kleines bisschen Ist mein Turtles schon auf Lava gekommen? Nein Mein Turtles hat keine Bock mehr Ich weiss, los mit du Waiting for Phil Aha Ich hab gerade leider keine Kohle dabei, ob man läht Ich brauch jetzt nämlich einen Eimer voll Lava Ich brauch jetzt nämlich einen Eimer voll Lava Ich brauch jetzt nämlich einen Eimer voll Lava Was da wo dein Turtlefeuer ausgehoben hat, da ist anscheinend alles voll mit Lava Da will ich nur Bei mir ist alles voll mit Lava da unten, ja Das ist gut Mein Einer mit 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 Das ist gut, ich brauch nämlich einen Eimer voll Irgendwas springt die mit dem Keller rum Da ist gar nicht mehr im Keller Hä Röntest du, fieh ich dann rum? Ach die sind noch weiter unten Jetzt, die rennen bei dir schon auf deiner Ebene rum So Äh, was mach ich jetzt? Ich hab mein Lava Eimer Relay mir mal die Shards hier aus, gell? Wo du unter deiner Kiste noch drin hast Jaja Mach ruhig Waren zwei Fire und neun Watershards Jaja, ich hab genug Ja dann gib mal her Dann gib das ganze Zeug mal her Ja Waren Waren an meine Eiserkiste Ich kann da 50 Stacks Koppels dafür gehen Den mit Koppels Ah, geil Schöne Ausbeute, gell? Ah, mehr Shards hast du nicht mehr, oder? Nein Das war alles bisher Okay Ab da für jedes Bäckle Schard, wo ich mitgenommen habe, Koppels da rein Hups, das war die Falsch dir Dann schätze ich nämlich irgendwie keinen Platz gehabt in meinem Inventar Und vorher hast gesagt, ich soll es nicht auf der Boden herwerfen Ja Ja Ähm Dann will ich eigentlich noch machen, ey Ja, nicht mehr so lang Dann 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 Dann